Also, willkommen zu Teil 2 von Kurs für ein Handvoll Punkrock, Refrain. Refrain sind drei Takte, C-Dur. Zwo, drei, vier. Dann kommen vier Schläge G-Dur. Jetzt seht ihr schon, wir sind in Frankfurt, alles unter einem Millionen ist irgendwie Pipi-Kröm. Dann kommen zwei Takte wieder, C-Dur. Ein Takt A-Dur. Und drei Schläge D7. Langsam im Kontext. Und C-Dur. 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 Und vier Schläge D-Dur. C-Dur. C-Dur. Und A-Dur. Und drei Schläge D7. Und mit Gesang wäre... Eins, zwei, drei, vier. N-Dur. N-Dur, drei. Hey, ein Geld zählt und mitgemacht. N-Dur. N-Dur. N-Dur, drei. Hey, vorwärts Leute, bis das kracht. Ja? Ja. Das klappt so. N-Dur. N-Dur.